nabend vikinger und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der viking und möchte euch auf meinem kanal feinste unterhaltung bieten die erste frage die sich euch bestimmt stellt ist wieso ich jetzt einen neuen channel besitze längere geschichte erzähle ich euch in einer der nächsten folgen denke ich mal viel wichtiger sind die neuerungen auf dem kanal ich habe ein neues mikrofon wie man bestimmt schon an der deutlich verbesserten audioqualität hören sollte namentlich das t-bone 450 mit dem man sogar ganz nah rangehen kann und flüstern kann und ihr werdet es trotzdem hören außerdem professionellere thumbnails danke an den seven arts dafür und allgemein werde ich mehr spaß am spielen haben einen upload plan möchte ich mir nicht festlegen denn die unterhaltung hier soll ungezwungen sein und direkt von der leber weg kommen das heißt ich möchte nicht jeden tag ein video hochladen auf zwang sondern werde natürlich versuchen jeden tag ein video hochzuladen wenn das mal nicht klappen sollte dann gibt es entweder den grund dass ich mal nicht so gut drauf war oder dass ich einfach keine zeit hatte ich hoffe ihr habt dann dafür verständnis aber sonst könnt ihr eigentlich immer mit videos zwischen 17 und 21 uhr rechnen so für die alten hasen hier unter euch ihr wisst ja schon dass ich ein echter skandinavischer wikinger bin aber für alle neulinge hier ist es natürlich klar dass ich als echter skandinavischer wikinger natürlich kämpfen und plündern werde ich werde aber auch ganz normal spielen hin und wieder kommen natürlich friedlichere videos wo ich einfach nur mit den leuten aus meiner wikingerarmee abhänge von tiefsinnig bis humorvoll sollte da eigentlich alles dabei sein und also auch aus dem rauen wikingermilieu oder einfach mal eine ernste laberrunde oder ausgelassen einfach mal chillen ihr werdet das alles hier finden das sei euch schon mal versichert und dann würde ich einfach sagen dass wir uns im nächsten video sehen wenn ihr nichts verpassen wollt dann könnt ihr doch einfach der wikinger me durch ein simples kanal abonnement beitreten und nun viel spaß denn das ist doch eigentlich das wichtigste euch noch einen schönen abend dann geht's dann geht's dann geht's dann geht's ein und da bei